Premiere ist erst morgen. Du hast also den Hörer am Ohr? Wir sind alle in Spanien. Es ist niemand hier. Haben wir das Haus? Ganz für uns allein? Stopp! Moment mal! Also Endrohen sind jetzt nicht mehr drin. Abs! Das heißt, viel besser, solange du deutlich zufrieden ist. Ich glaub, ich spür's doch mal! Stopp! Wir haben ein Problem. Wenn du ein Ideechen früher aufgehst... Du kriegst ja nicht mal ne Tür auf! Stopp! Das machen wir noch mal. Ehrlich? Es ist die Generalprobe, Gary. Mein Engel, es ist die Generalprobe. Also dann auf in die blutige Schlacht! Meine Damen und Herren, können Sie bitte Ihre Plätze einnehmen. Die Vorstellung beginnt in drei Minuten. Wir müssen da raus! Okay. Können wir? Musiker? Immer dasselbe. Kaum hat man das gemütlich gemacht, drehen alle durch. Jemand zu Hause? Ah, wie viele Türen! Gibt's gemacht? Türen! Was ist die Türen? Es ist die Türen! Aua! 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 Ich klinge Angst! Was klingt! Aua! 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 Vielen Dank.